So, jetzt machen wir ein kleines Lockdown-Zocken. Man braucht nicht immer in den Spielhallen gehen, man kann zuhause auch zocken. So, jetzt hoffen wir dann mal einen Gewinn bekommen. Aber höchstwahrscheinlich genauso wie im richtigen Leben in der Spielung. Ich muss lange spielen, bis man einen Gewinn bekommt. Auf geht's. Raus damit. Gewinne, gewinne, gewinne. Auf geht's. So ist der Gewinn. Ja. So ist der Gewinn. Ja.